Und damit ein Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir sind hier gerade mit Axel und sind hinter diesen Typen hinterher. Die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Okay. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, der war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt. Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch besser. Die Frage ist jetzt nur, wo ist der Generator? Augen auf. Haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe. Und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, fünf Minuten lang mal die Schnauze zu halten. Unglaublich. Hier ist alles so schnell aus der Kontrolle geraten. Was heißt das denn? Der Generator ist abgestellt. Hat sich selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Sehen wir mal nach. Kommt mit. Da muss ich mal kurz ruhig sein und mich konzentrieren. Das ist gar nicht so einfach gewesen. Also, es war einfach, aber... Also, man ist ja dann doch irgendwie mit in dem Modus drinnen, dass man ruhig ist. Ja. Hm, speichert euch jetzt mal nicht. Ja, das geht. Ja. Soll ich vorangehen? Also, hier geht's nicht weit. Also, hier. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Ja. Erst aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu dir auf der anderen Seite. Okay. Achso. Ja, ja, okay. Wenn ich die ganzen Komponenten voll hätte, dann könnte ich die... Ah, ja, okay. Da passiert auch gleich irgendwas erst. Fertig. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Axel, hinter ihnen. Was? Hä? Arschloch. Komm her. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los, mutter... Okay. Okay. Erschieß ihn sofort. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Ey. Wir müssen los. Jetzt. Hey, ihr Sackgesichter. Waren. Erschießt sie. Scheiße. Ich glaub, er ist tot. Wir haben ihn umgebracht. Nein, er ist nicht tot. Er schläft nur. Lass mich hier durch. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte. Er oder ich. Hier. Geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Alter. Wir müssen weiter. Ich glaube, Axel hat es hinter sich. Was war das? Ey. Geht es ja irgendwie weiter? Strom wieder herstellen. Aber der ist offen. Wo bleibst du? Was war das? so fies mit der musik die musik sagt eigentlich die ganze zeit da kommt jetzt irgendwas da kommt jetzt irgendwas willkommen auf se was topol gerade als erungsschaff reichelt syntheten sind anfängt für sich physischen schaden sich wieder hochgezogen ist leise hier doch auch langsam ja in der aufzug sind es zu extremen 3 z sch communication technologies technische support dienst und gemini exoplanet solutions workplace solutions und im Erstmal kurz abspeichern hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Ey, hau auf zu schießen! Mädchen, beruhig dich, ey! Ich muss irgendwie in den Nahkampf kommen. Also, wenn ich mich mit der anlegen will, nutzen die Läufergarten und Systeme, unliegende Rechte und auszuschänden Systeme, teilen sie über Grenzen, Stoffe und Systeme, auszuschänden Systeme, zur Verfügung, um andere einzuschänden Maus, um einen in der Karte, rechten Aß, ok. Okay, wir geben sie sich in den Bereich. Wo ist die jetzt hin? Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Eine neue Datenzelle. Vielleicht wollte sie, wie wir, einfach nur sündern. Willst du es wirklich riskieren? Okay. Wir werden sie finden und tönen. Nein! Hier lang! Sie war unten! Was passt denn beierst? Nein! Siehst du was? Nein! Nein! Die Station ist wie ein Friedhof, oder? Jedes Geräusch lässt mich erzittern. Wo zum Teufel ist das Ding hergekommen? Hat das noch jemand gesehen? Ein Eindringling! Gib mir deine Waffe! Gib mir doch diese scheiß Waffe! Ey! Wow! Oh, nein! also mein plan ist es zu überleben okay ich bin am arsch wir gehen jetzt einfach mal hier lang in der hoffnung dass ich irgendwie ein bisschen von den abstand halten können wow da war was da drinne war ein vieh das war ein alien das habe ich gesehen wir speichern den alien habe ich gesehen endlich mal okay ich gehe da raus positiv das positive ist schon mal ich habe eine waffe ich kann mich notfalls gegen die anderen wehren das negativ an der ganzen aktion ist ich habe äh ähm ah doch kann ich irgendwie mein inventar was ist das hier irgendwie mein inventar oder sowas aufräumen dass ich halt mehr 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 bindemittel oder so ein scheiß mitnehmen kann ja das geht irgendwie nicht weil hier liegt der winde mit wieso kann ich das jetzt nicht machen das muss ich jetzt gerade nicht verstehen hier geht es gar nicht weiter ne ich sehe ich sehe mal jetzt mal ey und dann wir gehen lieber weiter runter ich weiß nicht warum ich habe ich habe es im gefühl dass wir weiter runter müssen das irgendwie noch was liegt was wir benötigen was scheint doch nicht so der fall zu sein jetzt ein schuss und ich bin dort jetzt komme ich auch nicht mehr aus na 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 Achso, na gut, da kann man. Und hier kamen wir ja gerade. Hier müssen wir ja hin. Hier geht es auch nicht weiter. So, die Schlüsselkarte haben wir, dann gehen wir als nächstes da durch die Tür. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.